Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein weiterer Box Break Review bzw. Recap. Und zwar habe ich heute eine 2022 Panini Prism Football Box gebraked. Die Karten zeige ich euch gleich. Erstmal hier im Hintergrund zu meiner linken oder zu eurer linken Seite seht ihr eine 2019 Leaf Draft Kyler Murray Rookie Karte in einer MINT 9 hier von Beckett gegradet. Und auf der rechten Seite seht ihr Patrick Mahomes der zweite in einer 2018 Panini Contenders Karte. Hier in einer Gemment 10, also in einer PSA 10. Hier ist es eine Second Year Karte von Patrick Mahomes, Contenders und er ist ja Super Bowl Champion. Nun kommen wir zu den Base Karten. Hier haben wir einmal Jack Lambert, Zeke Elliott, TJ Watt, J.K. Dobbins, Tony Bocelli, Chris Johnson, Trey Hendrickson, Rondal Moore, Tyrek Hill, Jalen Hurts, sehr schön, Jalen Hurts Karte, Tyron Matthew und Luke Kikli. Ja, das waren die Base Karten. Nun kommen wir zu den Karten, die ich gesleeved habe. Da haben wir zum einen Insert, Brilliance, alles Prism natürlich, Aaron Donald, Brilliance Insert, Matthew Stafford, für die Rams. Dann haben wir hier DJ Moore im Red, White & Blue Prism, Devonte Parker im Red, White & Blue Prism, Warren Sapp im Red, White & Blue Prism, alles Parallels, Tyson Campbell im Red, White & Blue Prism, und im Silver Prism Steve Largent. Sehr schön für die Seahawks, Legende. Dann haben wir Rookie Karten, Base, einmal J.H. Dodson für die Commanders und Derek Stingley Jr. für die Texans und einmal Skylar Thompson für die Dolphins in der Rookie Card. und vielleicht die beste Karte ist hier die Zach Wilson für die New York Jets Red, White & Blue Parallel, Red, White & Blue Prism. Zach Wilson, sehr schöne Karte. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Box. Das war der kleine Box Break, Recap, Review von mir. Ich bin damit raus, sage Danke, bis zum nächsten Mal, bitte weiterhin kommentieren und abonnieren und lasst mir doch einen Like da. Peace. Ciao.